Hi und willkommen zu meinem Video. Ja, ich wollte euch ein kleines Update bezüglich der Ideen mit dem Kochvideo geben. Und ja, es ist nur ein kurzes Update, aber es ist halt hier. Also ich habe jetzt mein erstes Kochvideo mal probiert und habe mein Ringlicht auch schon mal angetestet und alles. Und ja, ich habe noch so ein paar kleine technische Schwierigkeiten. Also erstens, ich habe gemerkt, Eischneeschlagen macht gar keinen Spaß mit einem Handrührgerät. Und ja, deswegen wollte ich jetzt meine Küchenmaschine aufbauen. Dafür brauche ich aber ein Tischchen und jetzt bin ich ja auf der Suche nach so einem kleinen Tischchen. Jetzt habe ich was gefunden bei Amazon. Jetzt muss ich ein Tischchen bestellen und ja, ist gerade noch ein bisschen stressig, wenn ich ehrlich bin. Ja, dann gebe ich mir jetzt aber Mühe und hoffe, dass ich bald was finde. Und ja, meine Oma hat mir heute was gesagt, wo ich noch drüber nachdenken muss, ob das überhaupt mit dem Oma so ein Tischchen geht. Ich habe nur nach einem Tisch gesucht, der genau die Kilozahl von meinem, also von dem, was ich dann von der Maschine vom Gewicht her brauche. Aber dass da ja auch noch 6 Kilo Gewicht vom Zeug dazu kommt, das habe ich noch nicht bedacht. Das muss ich dann nochmal, da muss ich nochmal überlegen. Ja, aber ich bin dran und voraussichtlich kommt am Montag, nee, jetzt müsste es dientertag sein, weil wir ja erst morgen, also erst am Montag die Bestellung rausgehen. Ja, egal, irgendwann die nächsten Tage kommt dann das Tischchen an und dann, ja, dann hoffe ich einfach, dass ich dann meine Kenwood aufstellen kann. Endlich, ich warte da jetzt echt schon lange drauf, ich meine, die Kenwood ist jetzt auch schon fast, die habe ich auch vor der Kanaleröffnung gekauft und seitdem warte ich die endlich mal aufstellen zu können. Also nicht nur wegen Videos, sondern einfach auch wegen mir, weil ich die ja gerne mag. Ja, das war alles, was ich euch dazu sagen kann. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr einen Tisch kennt, vielleicht, der so circa 20 Kilo trägt. So 20, das müsste, ja, das passt dann mit den 6 Kilo, die noch fürs Zubehören und so dazukommen. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail in die Bank und rettet mit Outlook.com, weil ich befürchte, dass das Tischchen nicht reichen wird. Ich habe mal so ein Bauchgefühl. Ja, gut, also das war zu. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.